alle leute wieder über die menge und das heißt wir haben die letzte das deswegen auch gewonnen aus wir haben wir zwar hatte arbeitet aber ganz geschafft gott sei dank wir sind jetzt zu gast heute zum start in der neuen woche da habe ich das letzte woche überstand haben hier zu gast gehen ja jetzt wieder momentchen ok die gedrehte los zehn kilometer steht schon direkt zum beginn dieser wertung dieser tages an die längste fuß wir sollten auf jeden fall platz 16 abschnecht das sollte doch durchaus machen fahrzeug tue gerade immer wieder auf jeden fall ein zweitendienst mit oder geben wir ein alles bereit auf ein gutes rennen dankeschön auf geht's so wenn ich immer ein bisschen weniger quatsch liegt auch daran dass wir die kommentare verstehen müssten weil bei fahren wir so reich flistert das hier die sicher die sichtverhältnisse machen es auch nicht einfacher Rechts 5, Posten außen, links 3, lang, innerhalb, 100, links 5, in rechts 4, lang, überwählen, und links 3, nicht schneiden, 80, links 6, 60, rechts 4, macht Zug, überwählen, und links 5, 100, 100, überwählen, Kuppe, 100, 80, links 5, rechts, 80, überwählen, und links 3, rechts 5, in links 4, überwählen, macht auf, 60, rechts 6, da ist ja ein bisschen abseits des Fegels, rechts 4, durchsänken, mittig halten, überwählen, links 5, Rechts 5, links halten, überwählen, Kleinsprung, links 4, durchsänken, 60, rechts 5, nicht schneiden, rechts 5, und rechts 4, Posten außen, 60, rechts 3, rechts schneiden, in links 4, lang, überwählen, und rechts 5, 150, rechts 4, lang, macht Zug, in den Hals, rechts schneiden, und links 6, Posten außen, links 3, lang, innen halb, unter, rechts 6, rechts 6, in links 4, lang, macht auf, innen halb, nicht schneiden, 150, rechts halb, überwählen, unter 10, überwählen, 60, links 5, 60, scharf rechts, in rechts 6, lang, 60, rechts 4, durchsänken, Posten außen, mittig halten, überwählen, links 5, rechts 5, links halten, überwählen, Kleinsprung, links 4, durchsänken, 60, rechts 5, 60, links 4, überwählen, in rechts 6, und links 5, 150, links 4, lang, innen halb, links steigen, 150, links 4, und rechts 6, und links 5, 150, rechts 4, lang, innen halb, 60, links 5, links 5, links 4, lang, innen halb, unter, rechts 6, links 4, lang, macht auf, innen halb, nicht schneiden, 200, rechts 3, lang, innen halb, unter, rechts 6, und links 6, und links 3, 150, links 4, lang, innen halb, nicht schneiden, 100, rechts 5, in links 6, in rechts 4, überwählen, in links 6, durchsänken, rechts 5, und links 6, und links 6, 150, rechts 3, lang, innen halb, unter, links 5, links 5, in rechts 4, lang, überwählen, und links 3, rechts 5, rechts halb, überwählen, überwählen, und links 3, rechts 5, rechts halb, überwählen, 60, scharf links, 60, jetzt sind wir vorne gleich, also wir sind vorne, jetzt sind wir gleich durch, rechts 5, links halb, überwählen, überwählen, rechts 5, rechts 5, links halb, überwählen, überwählen, links 4, durchsänken, 60, rechts 5, runter, rechts 4, lang, macht zu, innen halb, und links 6, rechts steil, 150, rechts 3, Letzter abstell für heute, für, nein, ich fordere, für diese Wärte, das muss doch nicht Ich fordere, für mich, innen halb, rechts 6, 18, rechts halb, überwählen, 110, übrig, 250, 200, überwählen, 200, 200, überwählen, 200, überwählen, 200, überwählen, 200, überwählen, 200, überwählen, 200, 200, überwählen, 200, 200, ich hasse gerade durch, ich hau wieder ins Ziel, komm, jetzt So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. So, die erste Wertesprüfung haben wir schon mal relativ gut geschlossen. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. So, das war tatsächlich schön. So, das ist schon die längste, dann haben wir die auch schnell gehabt. 7,68 Kilometer stehen jetzt an der Boardman Forest. Da kommt. Okay, danke für die Information, die ist wichtig. Du bleibst dabei. Du bleibst dabei. 5, 4, 3, 2, 1, los. 200 überweg, 250. 200 überweg, 200. 200 überweg. 200 überweg, 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 200 überweg Aha. Innen halten, links schneiden, runter, rechts 3, rechts schneiden, in links 4, lang, überwält, und rechts 5, 60, und rechts 6, und links 3, 150, rechts 3, und links 6, runter, rechts 4, lang, macht zu, innen halten, und links 6, links schneiden, runter, 50, rechts 3, lang, innerhalb, 100, links 5, in rechts 4, lang, überwält, und links 3, 80, links 6, 60, rechts 4, macht zu, überwält, und links 5, 60, links 3, lang, innerhalb, 200, rechts 4, lang, macht zu, innen halten, nicht schneiden, und links 6, links 6, lang, in scharf, links 60, rechts 5, 150, rechts 4, lang, macht zu, innen halten, und links 6, nicht schneiden, 80, links 4, und rechts 6, und links 5, rechts 5, und rechts 4, fassen, außen, 60, links 6, und links 4, lang, 80, rechts 5, links halben, überwält, und gleich sprung, links 4, durch 6, 60, und rechts 5, 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 rechts rechts 5, nicht schneiden rechts halten, überpumpe 60, vorsicht, rechts 4, blätter links 5, 16 rechts 4, durchsenke mittig halten, überpumpe links 5, rechts 6 in links 4, lang macht auf, innen halten 250, bis zielt so, den Abstand haben wir auch abgearbeitet leiser zum Marsch gut das ist sehr gut gelaufen tolle Wertungsprüfung, gut gemacht dankeschön jo dann war das auch erledigt die nächste 6, jetzt werden sie ein bisschen jetzt werden sie step by step kürzer die ganzen Wertungsprüfungen die nächste ist etwa 6 km lang etwas mehr ja, 6,4 km lang 25 Meter hoch, leichter Schotter und 23.50 Uhr ist die Uhrzeit also dunkel, hat auch Gott sei Dank kein Nebel das ist das Wichtigste so, Momentan zu führen war klar und deutlich alles okay keine Verzögerung gute, gute Zeit 3,3 Minuten 39 hat der Kollege gefahren 5, 4, 3, 2, 1, los 11, 10, über 10, über 10, 60 rechts, 5, links halten überkuppel, Folgetsport links, 4, durch Senken 60, nicht schneiden rechts, 5 rechts, 5, links halten überkuppel, Folgetsport links, 4, durch Senken 60, rechts, 5, runter rechts, 4, lang macht zu, innen halten nicht schneiden und links 6,8 6,6, links 6, 60 Rechts 4, mach zu, überwommen und links 5, 60, in links 6, durchsänke, rechts 5 und links 6, rechts 3, posten innen, in links 4, leicht, überwommen und rechts 5, nicht schneiden, 60, rechts 5, links 5, in Ordnerkehre, links, 60, links 5. Na gut, ist doch klar. Rechts 5, nicht schneiden, und rechts 4, nicht schneiden, 150, rechts 3, und links 6, rechts 3, rechts schneiden, in links 4, lang, überwommen und rechts 5, 60, rechts 5, rechts 2, überwommen, 60, scharf links, 60. Kupfer, 250, 200, überwommen, 100, rechts 4, lang, macht zu, innen halten, rechts schneiden, und links 6, 150, links 4, lang, innen halten, rechts schneiden, runter, links 6, und rechts 4, in Lennung. Und links 6, rechts 5, links halten, überwommen, links 4, durchsänke, rechts 5, links 5, in links 6, in rechts 4, überwommen, 150, rechts 6, überwommen, 80. So, jetzt abstoß, für diese Wertesprüfung, rechts 4, durchsänke, posten, innen, mittig halten, überwommen, links 5, links 6, 60, rechts 4, macht zu, überwommen, und links 5, 150, bis ziel. So, den haben wir geschafft. So, die nächsten beiden sind jetzt immer noch Step per Step kürzer, also die nächsten würden wir bei 4,5 Kilometer nach 4 oder so. So, nein, 5,86 Kilometer und 4,32, das sind die nächsten beiden Abschnitte. So. So, nächster ist Casta Forest, morgens um 4, ich hab da, wie gesagt, nichts Besseres zu tun. Aber naja. Okay, viel Glück da draußen, ich werde dir die Notizen klar und deutlich durchgeben. Sehr schön. 5,4,3,2,1, los. 200 Modell, runter. Rechts 3, posten, innen. Gehen links 4, lang, überwommen, und rechts 5, nicht steil, 60. Rechts 6. Gehen links 4, lang, macht auf, innenhalb, Regen steil, 130, rechts 4, lang, nicht steil, und rechts 6, nicht steil, 80, rechts 6. Gehen links 4, lang, macht auf, innenhalb, 250, rechts 4, lang, innenhalb, nicht steil, 150. So, schön vorsichtig gefahren, deswegen wollen wir ja auch gewinnen, ohne großen Schaden an dem Auto. Auf links 6, nicht steil, links 4, in links 2, rechts 5, auf rechts 4, 60, rechts 6. Gehen links 4, lang, macht auf, innenhalb, nicht steil, 250, rechts 4, lang, innenhalb, nicht steil, 60. Rechts 5, links, halb, überwommen, und rechts vorn, links 4, durchsächt, 60. Rechts 5, links 5, 60, rechts 4, durchsächt, mittig halb, überwommen, links 5, rechts 6. Gehen links 4, lang, macht auf, innenhalb, 130, rechts 4, lang, nicht steil, und rechts 6, wegschneil, 80, rechts 5, links halb, überwommen, und rechts vorn, links 4, durchsächt, 60, links steil, rechts 5. Links 3, lang, innenhalb, und rechts, links 5, 60. Rechts 4, durchsächt, mittig halb, überwommen, links 5, rechts 4, durchsächt, mittig halb, überwommen, links 5, 130, auf der Ahnung, rechts, nicht steil, in rechts 5, links 5, links 5, links 5, links 6, links 6, rechts 4, macht zu, überwommen, und links 5, 100, links 4, und rechts 6, und links 5. Links 5, rechts 4, durchsächt, mittig halb, überwommen, links 5, links 5, links 5, nicht steil, rechts 5, links 5, rechts 5, links 5, rechts 6, 1, links 5, links 5. Das darf auch gerne so bleiben! Rechts 5, rechts 5, links 5, rechts 6, rechts 5, links 5, links 4, durchsächt, 60. Rechts 5 und rechts 6 und links 3, 150 bis 10. Sehr gut, dann war das auch alles Grün. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. So, nächster Abstieg, der letzte 4,32 Kilometer Toppinaby Forest. Na, gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Dann haben wir das auch geschafft heute. Das ist jetzt tatsächlich die fünfte Wertung, das fünfte, äh, ja, das ist alles eine Aufnahmesession, was jetzt seit letzter Woche dran ist, seit Montag, letzter Woche. Gut, das letzte Woche in der, in der Formel 1 zu haben, offenbar keine Auswirkungen auf die Mechanik. Sehr gut. So, nächstes Teil, letzter kurzer Teil. 5, 4, 3, 2, 1, los, Kuppe, 180, rechts 6 und links 5, 40 durchsäcken, rechts 6, über Kuppe, rechts schneiden, 60, links 4, über Kuppe, in rechts 6 und links 5, 150, rechts 3. Und links 6, rechts 6, in links 4, lang, macht auf, innen halten, runter, links 5, in rechts 4, lang, überwählen. Und links 3, runter, rechts 4, lang, macht zu, innen halten, und links 6, rechts schneiden, rechts 3, nicht schneiden, in links 4, lang, überwählen. Und rechts 5, 60, links 4, in links 2, 150, rechts 3. Und links 6, 60, rechts 4, lang, rechts schneiden, und rechts 6, nicht schneiden, 80, und rechts 6, und links 3, 200. Links 6, über Kuppe, senke, 60. Jetzt sollen wir mal gleich durch. Rechts 4, lang, und rechts 6, links 4, lang. Rechts 6, 80, rechts 3, nicht schneiden, in links 4, lang, überwählen, und rechts 5, 200. Rechts 3. Oh, wir haben wieder... Und links 6, links 5, links 5, in rechts 4, lang, überwählen. Und links 3. Und rechts 6, und links 3. Und links 3. Ja, ei, komm, Alter, wofür hab ich jetzt 4 Sekunden gekriegt? In links 4, lang, macht auf, innen halten, volle 50, bis ziel. Alles klar, langsam, für den Warschau. Naja, egal, wir haben es dazu gewonnen. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. So, okay. Dann haben wir das auch erledigt. Auch hier, hol mal 10, 25 WM-Punkte. Und Level 22, wir sind erfahren. Und direkt mit Level 23 hinterher, und angesehen. Ausgezeichnete Arbeit, mit dieser Lizenz, darfst du an der weltweiten Rallye-Meisterschaft teilnehmen. Cool. Der Meisterschaftsrückblick ist... Wir sind vorne. 75 WM-Punkte. Huh, super, sehr gut gemacht. Da bin ich mehr als zufrieden. So. Da würde ich sagen, wollen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bei Let's Play Dirt 4. Dann geht's nämlich weiter mit der nächsten Serie der Gruppe Rallye-Containend-Tag. Tschüss.